Und Stimmelabplatz. Aber dann doch nicht schnell genug, die sind Konter gefahren. Dauert es dann zu lange. Ein bisschen nachrücken. In der ersten Halbzeit schon ein paar Mal. Abtlau. Stimmel, gute Flanke. Und das ist ein Sensatz-Logstor. Ein absoluten Sensatz-Logstor von Mohamed Abtlau. Und keinen Gönnmann ist in Hannover mehr als eben. Das werden wir uns noch mal ansehen. Dieser Treffer, auf die Idee muss man erstmal kommen. Den Sohn-Tor unterbringen zu wollen. Und damit hat glaube ich auch der Torwart von Manchester nicht gerechnet. Und da ist Mohamed Abtlau mit dem Rücken zum Tor heute mal so verarbeitet. Mit der linken Hacke, das ist, habe ich noch nie gesehen. Wir wollen den Kollegen der Sportscheine nicht vorgreifen. Aber ich bin sicher, dass dieses Tor eine Auswahl zum Tor des Monats dabei sein wird. Schöne Flanke von Stimmel, genau wie man so schön sagt, in den Raum zwischen Wittich und Carrick. Und dann verwandelt er in diesen Mal, wenn man es besser nicht machen kann. Vielen Dank.